Grüezi alle miteinander, hoi zusammen, ich bin Juha Stump von Zürich in der Schweiz. Ich hoffe, dass meine Videos euch alle gefallen. Es ist mir auch klar, dass mein Gesang und mein Klavierspiel nicht erstklassig sind. Aber es geht mir vor allem darum, dass ich euch allen mein Übersetzungswerk vorstellen kann. Das geht leider nur so, weil ich niemand gefunden habe, der meine Übersetzungen singen will. So muss ich es halt selber machen. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch allen damit eine grosse Freude bereiten kann. Wenn ja, habe ich mein Hauptziel erreicht.